der wellenreiter fleisch clubs damals meint wir haben auch noch angenommen so auch fleisch clubs dann zeige uns mal was du für eine welt quest noch hast die muscheln angesetzt hat ich finde es geil einfach ein entsprechendes boot doch ich weiß nicht das ist das ist die das 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 Ich habe einen großen Krieg, den ich in der ganzen Weltkrieg bin. Du bist ein großer Krieg? Aber wer ist der Ako-Doh-Meki? Oh, das ist der Ako-Doh-Meki, Sae-Mon. Das ist der Selai-Jima. Oh, ich habe keine Ahnung. Fleischklopps. Er hat den einfach so komplett random Fleischklopps genannt. Ich habe mich schon seitdem, das ist so weit weggebracht. Deshalb habe ich mein Körper gewonnen. Ich werde mich nach dem Bereich wieder weggebracht. Ich weiß nicht, dass ich hierher habe. Ich verstehe mich da, aber ich bin sicher. Deswegen, das ist erster. Meine Lieblings? Ich bin kein Schiff. Ich habe eine restliche Entscheidung, oder dieses ist ein hoher von einem Schiffinstinkt. Okay, okay. Des blabberdarers. so was brauchen wir muss ich jetzt damit rüberfahren und da kann ich einfach dahin ich muss tatsächlich darüber fahren so dann fahren wir mal wir alle die das auf youtube gucken können da wahrscheinlich ordentlich vorspulen so ein zwei minuten oder so und auch vielleicht ein bisschen mehr ich bin mir ziemlich sicher dass wir auch noch nicht alles hier auf diesen inseln haben aber das gröbste haben wir auf jeden fall eingesammelt und jetzt da alles nochmal abzusuchen eigentlich kein bock drauf und daher machen wir auf jeden fall noch dieses diese quest hier da schmeckt man dann auch keinen schatz von daher lassen wir das wenn da jetzt ein schatz gewesen wäre ich drauf gesprungen aber so so nicht ist da ein schatz sieht auch nicht so aus glaube ich auch schon eingesammelt ja was machen wir gleich wenn wir gleich ein bisschen liegt ich habe gerade immer noch so ein bisschen bock auf league of legends oder spiel mal bei der honkai oh da ist auch eine kiste die nehmen wir mit honkai müsste man auf jeden fall zocken da muss man auf jeden fall weiter kommen catcht mich aber nicht so das ist das problem bei honkai aktuell ja also ich finde es geil und so und ich finde es cool das spiel an sich ist auch nice aber die historie durch zu bauen dauert fühlt ewig ja was ist denn hier mit dem das hier ist schlecht da ist ein boot auf das wird eingesaugt werden was passiert eigentlich immer eingesaugt wird ich weiß nur schaden und kommt dann nie wieder raus oder was passiert ich kann das haben wir tatsächlich noch nie ausgepistet ich lebensmüde das ist die hälfte von seinem körper das ist die Ah ja, jetzt wird es kompliziert. Dann auf diesem Ort zwischen zwei großen Inseln. Oh, nochmal 800 Meter. Okay. Die dauert dann aber ein bisschen. Guck mal, da sind jetzt plötzlich... Ach, das ist das von Fischl, ne? Das Fischl-Dorf. Quasi. Guck mal, da ist das von Fischl-Dorf. Ich glaube, wir spielen gleich eine Runde League. So zwei, drei, vier, fünf Runden oder so. Und dann spielen wir ein bisschen Runkai. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ganz hoch. Ich glaube, da ist das von Fischl-Dorf-Dorf-Dorf-Dorf-Dorf-Dorf-Dorf-Dorf. Das ist eine Sprache. Das wäreuswun. was sieht bei diesen wölkchen da die schalten einfach noch mehr wegen der quest ja noch zwei halbe zwei halbe schiffe und das ist ein ganzer körper und und Nein, das ist ein Schiff. Ja, genau. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Gut, ich habe auch eine Bilder gemacht. Wir sind auf dem山 und gehen auf den Schiff zu machen. Oh, ich bin wieder zurückgegangen. Wie ist es, hast du es? Es war sicher, dass du es nicht erwartete. Ich glaube, es ist auch ein Mapp. Vielleicht ist es dein Körper. Was ist das? Das ist ein Bild? Du hast so großartig gemacht. Das ist ein Bild. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist eine große große Luftwaffe. In der ersten Karte, in der Karte zu den Stadeln, die die Karte aus der Karte auf die Karte bewegen. Und die Karte wird mit dem Karte zu verbreiten. Aber du geht's mir doch noch mal... Aber du bist schon ein paar Mal. Das ist ein Lieblings-Pfond, bis du uns in den Krieg bist. Die Karte hat sich vor, ohne sich auf den Ressourcen geholt. Das ist mir nicht mein Körper. Das war's für mich. Das war's für mich. Ok, Kasua ist einfach von dem Kürzen gestorben. Obwohl es eine Cutscene war und ich wollte vorher abdämmen, aber was es? Ich bin nur auf dem Torsten. Ich habe meine Kürzen geöffnet, aber es ist hier. Was ist das, was ich hier? Ich habe ihn mit dem Kürzen geöffnet. Ich habe ihn mit dem Kürzen geöffnet. Liebe Leute, ich bin hier gesehen. Was ist das? Ich habe ihn mit dem Kürzen geöffnet. Er ist ein Kürzen. Ich habe zwei Kürzen geöffnet. Das ist das was du gesagt hast, Ota-Kara. Ähm. Haimons vielleicht nicht wissen, aber es ist eine große Welt der Welt. Wenn du so etwas vorgeschlagen hast, hast du in der Ganschau-Kurroge-Kurroge gelegt, in der Ganschau-Kurroge-Kurroge-Kurroge-Kurroge gelegt. Das ist die See. Das ist der Ort, an dem du den Rest meines Lebens herumtreiben wirst. In deinen Ohren hörst du die Freude und Schreie der Männer. Das sind Scheinjungfer. Scheinjungfer. Du hast ein unbeziehbarer Schiff gewählt. Gib ihm einen guten Namen. Als auch nicht folgt ein unausweichiger Seufzer. Ich hoffe dieses Schiff kann euch köptischen Schutz gewähren und eine sichere Heimkehr gewährleisten. Deshalb werde ich ihn nach diesem Ort benennen. Wenn mich gerade her dann im Loch sehr interessiert, dass die Kui-Kurroge ist, welches sind, wie ich sie gekommen bin. Verrückt man sich zu ihr in der Kui-Kurt und Kui-Kurt. Das ist das sich immer undeinander verzogen. Das sind wir, was sie an der Kui-Kurt. Bis zum nächsten Mal. Wir haben die Kui-Kurt und Kui-Kurt Keine Hände zu bewegen. Damit ist das Ta-Kurt. Das muss man den Tein-Kurt. Das war doch so, dass du hier an Leiter Mann und ein Kui-Kurt... Ich habe mich in diesem Ganschon geflogen und wurde vorbeizubringen. Ich habe mich in diesem Zeitpunkt gefühlt. Ich habe mich in diesem Zeitpunkt gefühlt, aber ich habe mich in diesem Zeitpunkt gefühlt. Es ist noch nicht sicher. Vielleicht ist es so. Vielleicht ist es so. Ich habe nur die beiden Zufall gesehen. Ja, genau. Es ist kein Geld. Ich habe hier ein Flugzeug gefahren. Aber... Sie... Also, O-Nik-Maru, in meinem Erinnerung, was du... Ich habe mich daran erinnert, dass ich mich daran erinnert habe. Ich glaube... Nein, das ist nicht schlecht, aber ich... Das ist... Wir haben das Namen der Namen gezeichnet. Ich habe noch zwei Punkte verstanden, aber... ...durch es... ...hier, aber es ist nicht so... das ist nicht in Ordnung, wenn wir nichts finden, das ist auch mega gelogen. Das ist nicht in Ordnung. Die Quest bitte tatsächlich weiter. Na, ist bitte ein langer Quest. So ein bisschen Zeit investieren. Das war das ganze Gefühl, als du das Holzschwert berührt hast. Etliche Meter hohe Wellen auf dem Schiff in Leinen schwimmen. So durch den Einstieg des Krieges aufgerissen wunden Schmerzen sehr. Um sich herum Aufruhr, überall Aufruhr. Der General des Feindes sprang auf Deck und brachte das Schiff ins Wanken. Gib auf, Samon. Ergib dich jetzt und ich werde dein Leben verschonen. Aufgeben niemals. Der Mann in seinen Händen einen Widerhaken Speer hielt. Hatte in diesem Moment einen ungewöhnlich kalten und entschlossenen Blick. Ich bin Samon. Ich bin der unsterbliche Oni von Sarai. Daher bin ich auch der Sohn der Mächtigen Meere. Aber wir werden niemals aufgeben. Das war das Schwung des Lykoh. Ergib dich. Ich brauche schon aussehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das ist ein Räikkum. Was war das denn? Es ist nur ein Räikkum, dass es so großartig ist. Ich denke, ich denke, ich denke nicht. Nein, ich habe noch einen Räikkum. Der Räikkum ist von Selai島 gekommen, oder? Was hast du nach Selai島 gekommen? Was ist denn da passiert? Das war es genau. Das war ein Räikkum. Ich bin ein Räikkum. Das war ein Räikkum. Das war ein Räikkum. Das war ein Räikkum. Ich habe den Mann mit dem Schreiber gespürt, aber ich habe den Schreiber gespürt. Ich habe den Schreiber gespürt, dass ich hier rausgeflogen habe. Ich habe die Schreiber gespürt, und habe mich so weit weggeflogen. Aber... Diese Zahnarzt ist, als ich den Körner mit dem Körnern genutzt habe, hat sich mit dem Körnern gefeilt. Aber wir haben hier mit uns hier gesucht. Oh, das war mir das erste große Körner-Körner-Körner-Körner-Körner-Körner. Dann ist das Körner, das Zahnarzt ist. Aber ich habe das Körner, ich glaube, es ist nichts. Ich habe mich daran gedacht, aber ich habe es nur ein Problem. der letzte Ort ich bin so müde und kann den ganzen tag leute und ich habe nicht ich bin so müde 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 ich bin so müde